so jetzt habe ich hier in sparkle pro hier auf spitz ganz speziell für die anwälte charlotte ortmann dass sie sich das noch mal selber durchlesen kann in ruhe ihr eigenes schreiben von der christlichen firma frommer punkt legal irgendwie funktioniert der download link nicht mehr in apple safari ich wollte es mal hier auf die webseite stellen und es ist gerade so ein richtiges störfaktor thema man könnte bei der dame auch am liebsten samstag sonn- und feiertags würde ich da noch dahinter schreiben jetzt gehen wir mal in sparkle pro sparkle da steht drin download file genau dieses pdf open in new window wir schauen uns das noch mal an mit dem professionellen telefoniker upload telefoniker germany für die weitergabe der daten an die frau anwältin charlotte ortmann aus münchen jobcenter berlin ich habe hier jeden tag webdesigner die bei mir einlaufen und alle arbeitslos sind weil nichts mehr geht kein wunder so publish completed mal ohne error ganz speziell für die charlotte jetzt gehe ich mal kurz in den web browser jetzt muss ich noch mal den cash flaschen vielleicht kann ja sogar die dame ortmann auch noch was dazu lernen reload schauen wir mal ob das pdf ob man das pdf jetzt runterladen kann nein es geht nicht jobcenter berlin ich habe lauter arbeitslose hier die jeden tag einlaufen lauter arbeitslose webdesigner das mal so noch mal für die frau anwältin charlotte ortmann die kann sich dieses video dann angucken und nochmals danke telefoniker germany für die weitergabe der daten mit euren grauenhaft schlechten ui design gut 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 gut